... ... ... ... ... ... ... ... Ja, da war was abgebrochen. Wann? Heute. ... Ey, Tobias, er kann das nicht gut auf der Erde. Nicht dein Wasser, nicht dass er da ins Wasser geht oder so. Ja. Der kann auch ein Laminat nicht laufen, Tobias. Wir haben ja nichts anderes. Was für eine Küche? Eine Küche kann auch. ... ... ...